Wir hören viel über Thinking Outside the Box, darüber neue und innovative Ideen zu schaffen. Manche Menschen denken lieber Inside the Box und folgen Konzepten, die schon über Generationen funktioniert haben. Aber niemand macht sich Gedanken über die Box selbst. Becks Lignolok-Holznägel kombiniert mit Systemverpackungen von Axum kreieren eine ganze Welt von Verpackungslösungen. Die ökologischen Vorteile von Holz ändern die Art und Weise, wie wir einzelne Elemente der Kisten wiederverwenden. Diese Systeme können schwere Ladungen sicher transportieren, eine Stärke, die jedoch nicht auf Kosten der Umwelt geht. Lange Versandwege mit bewährter Sicherheit. Und gute Partner bedeuten gute Zusammenarbeit. So können neue Ideen entstehen. Diese Stärke kommt durch Innovation und dem Wissen von Generationen. Manchmal zahlt es sich aus, über die Box selbst nachzudenken. Um sicherzustellen, dass wichtige Dinge ihr Ziel erreichen und die Reise unbeschadet überstehen. Immer und immer und immer wieder. Beck Axum Wir machen uns über die Box Gedanken. Wir machen uns über die Box Happy